Es ist Wahnsinn! Es ist einfach nur... Ich weiß nicht. Ich verstehe mich da einfach nicht. Also, keine Ahnung, Leute. Wirklich... Ich weiß nicht, ich bin bestimmt 10 Minuten... Ich weiß es jetzt gerade nicht, wie lange. Ich habe mich auf die Uhr geschaut, aber bestimmt locker 10 Minuten. Ich komme nicht an die Asservatenkammer. Ich brauche einen anderen Weg. Die Asservatenkammer, Sir? Nun, laut diesen Plänen grenzt sie an einen alten Aufzugsschacht, an den sie über die Krankenstation gelangen können. Ich habe ihn auf ihrer Karte markiert. Alles klar. Beim besten Willen, Leute. Alter, erschlagt mich bitte einfach, ne? Ich meine, so blöd kann doch niemand sein. Anscheinend doch... Ich aber... Ne... Es ist ja noch nicht mal irgendwo mein eigenverschulden, aber warum? Ich hab... Leute... Naja, das ärgert mich selber so. So. Mal schauen, was die Kollegen denn hier so machen. Warum zieht auf die Knie? Warum zieht auf die Knie? Warum die Knie? Warum die Knie? Was hat euch die Knie getan? So, endlich wieder verprügeln. So, seid alles ihr schuld. Alter, was... Autsch! Du blöder Sack. Hast dich nur selbst damit geblendet, du Volltrottel. Oh, ja, eigentlich schon. Ach, der Typ wieder... Ach, das ist doch Bane, oder nicht? Oder sieht der nur aus wie Bane? Oh, da hat sich jemand eine Waffe geschnappt, glaube ich. Genau, der Typ doch. Sieht der nicht nur aus wie Bane? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ist das nicht Bane? Bane, die alte Sau. Oder siehst du nur so aus? Nee, das ist nicht Bane. Hm. Okay. Gut, wie kommen wir jetzt hier weiter? Scheiß-Steuer-Signal. Ist doch hier einfach nur so ein Button, ne? Ja genau, den wir drücken müssen. So, auch wieder so ein Scheiß-Steuer-Sender. Gut, Sie sind auf der Krankenstation. Suchen Sie den Eingang zu einem alten Aufzugsschacht. Er wird Sie in die Assamatenkammer bringen. Verstanden. Alles klar, dankeschön, Alfred. Ach schade, ich dachte, das würde gehen mit so einem Schnellzünder. Wäre ja zu einfach. Ach, komm, Batman. Kannst du doch mal richtig an die Wand sprühen. Dankeschön. Ein baufälliger Aufzugsschacht. Na toll. Genau, da kommen wir auch wieder nicht weiter. Das heißt, bleibt uns nur der Weg nach oben. Ach nein, verdammt. Mach mal hoch. Ich hab ne Idee. So, geht doch. Gut. Ah, da geht's nicht lang. Die Assamatenkammer, da ist sie ja. Auch ein Blinder findet mal sein Ziel. So, endlich. Endlich, 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 endlich haben wir's. Hat ja nur ne halbe Ewigkeit gedauert an mir. Jetzt sollte ich die Sicherheitsvorkehrungen beim Serverraum überbrücken können. Super. Weitere Taste, ist das jetzt auf fünf? Wahrscheinlich auf fünf, oder? Weitere Taste, es ist gelandet auf neun. Okay, auf neun ist es gelandet. Und Stufenanstieg, Leute. Yippie, ja, yo, yo. Super. Dann können wir jetzt die Panzerung skillen. So. Alles klar. Kann ich mit dem Unterbrecher jetzt? Ne, damit kann ich nichts ausschalten. Das heißt, wir können wieder zurück, oder? Erstmal alles überprüfen, bevor ich jetzt wieder irgendwas Blödes mache. So. Hm. Doch, wir können jetzt eigentlich ganz zurück, oder nicht? Doch. Eigentlich können wir jetzt kerzengerade zurückgehen. Ach nein, da warten wieder Leute auf mich. Aha, witzig, Leute. Bitte. Mit dem Unterbrecher sollte ich durch dieses Tor kommen. Solltest du? Ja. Stöße dann deaktivieren. Ist ja doch nicht so ein beschissenes Weihnachten. Hm. Ach, so, jetzt ist es unterbohren und jetzt kann ich das noch hacken. Ah, okay, gut, verstanden. So, das Schloss knacken mache ich schon für euch. Hi, Kollegen. Oh. Aber irgendwie sieht der aus wie Bane. So ein bisschen mit dem Venom. Der hat irgendwie so ein Venom-Belton hinten drauf. Hab ich irgendwie das Gefühl. Doch, der hat hinten so was Grünes. Also die Maske passt zu Bane. Oder ist das einfach nur irgendwie so ein Chemikalien-Typ? Weiß ja nicht, was das so für Atmen. Irgendwie... Alter, was willst du denn, Kollege? Ey, ey, ey! Ich glaube, ich spinne. So, euch gebe ich saures. Der wollte erst mal was nehmen. So, hier. So, der bleibt auch wieder alles. So, kommt mal her. Habt ihr mich echt zu dritt angegriffen, ihr Säcke? Ey, ne, 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 Kollege. Du wirfst gar nichts auf mich, okay? Haben wir es verstanden. Was? Und das T-Spezial ausschalten hat irgendwie, weil wieder nicht funktioniert. Jetzt aber. Ah, jetzt hat es, glaube ich, funktioniert. Oh, ne, so ein... Ja, ist klar. Jetzt also noch so ein fettgepanzerter mit einer Klinge oder was? Ich glaube, ich spinne. Alter. Alter, das hat gesessen. Oh, hier sind echt viele. Ah, Batman wird schon mit anspruchsvoller jetzt. Immer mehr. Das merkt man. Alter, hör auf mich mit deinem Brotmesser zu schlagen. Oder noch nicht mal Brotmesser. Das ist ja sogar eine scheiß billige, einfach nur... ...blöde Flasche, die er mal angeschlagen hat, um... Ja, damit... ...mich zu verletzen. So. Ha, geil. Das passt doch. Autsch. Oh, jetzt wird es aber wieder heftig, Leute. Warte. Gut, der ist erledigt. Nein, jetzt hat der sich ein Messer genommen. Ja, ist klar. Man konnte einfach nicht ausweichen und er hat mich dann besiegt. Ist logisch. Du hättest dich stellen sollen, als du noch die Chance hattest. Okay, Jungs. Schaff diesen Dreck hier raus. Klar, bei den letzten zwei Gegnern muss ich dann verkacken, weil die einfach nur mit ihren scheiß Brotmessern oder mit ihren abgeschlagenen Flaschen da ankommen. Boah, ne. Gott, da könnte ich gerade schon wieder kotzen. Ich bin einfach so scheiße drauf jetzt, weil ich 10 Minuten gebraucht habe, um diesen Kackweg zu finden. Und dann bei den letzten zwei Gegnern verhaue ich es dann, oder was? Natürlich auch mal super. Alter, ganz ehrlich, lass dieses scheiß Messer jetzt direkt weg. Oder diese Flasche, was auch immer. So, da lasse ich mich einfach nicht so viel anhitten. Und von dem lasse ich mich auch erst gar nicht in die Mangel nehmen. So, den Typen habe ich erstmal sein blödes Fass aus der Hand geschlagen. So, komm mal her. Ne, ne, ne. Der wollte schon wieder dieses Glasstück aufheben. Muss ich echt drauf achten, dass die es eben nicht machen. Autsch. Alter, den fetten Schlag drauf. So. Gut, gleich habe ich sie. Ich habe auf jeden Fall noch deutlich mehr Leben als beim letzten Mal. Alter, der hat so einen heftigen Schlag drauf. Ist ja unnormal. Hey. Ja. Guck mal, der hat auch zu viel. Ja. Komm. Leck mich doch einfach. So. Der nächste, der erledigt ist. Ja, die haben alle Messer jetzt, oder was? Wollen die mich eigentlich verarschen? Ja. Ist klar. Die haben alle Messer. Ich will da nur noch den ausschalten. Jetzt komm her. Das ist ein blödes... Ja. Ja, ja, ja. Klar, klar, klar. Ja, klar. Klar, mit Sicherheit. Komm. So, jetzt habe ich die Chance, während der betäubt ist, den auszuschalten. Ich glaube, ich hatte es gerade so gut. So. Ah, geht doch. So, der ist weg. Und du bist jetzt auch weg. Meine Güte. Was? Boah. Alter. Alter. Haben wir jetzt aber echt zugesetzt. Meine Güte. Heftige Scheiße, Alter. Was haben die hier gemacht? Warum sind die auf einmal alle hier ausgebrochen, oder wie? Der Opfer ist vorbei. Ich brauche meine Einheit da unten zur Bestätigung. Ist ja krank. Was ist da passiert? So. Alles steht hier in Flammen. Ich war keine fünf Minuten weg. Direkt alles Chaos pur. Ah, ich habe den Typen hier mit diesem, mit dem Venom. Ey, da habe ich irgendwie das Gefühl, hier, ich treffe auf Bane. Ich weiß auch nicht wieso, aber das habe ich so im Gefühl. Und es war doch auch meine Schuld, dass hier alles so aussieht. Ach ja, jetzt kommen wir jetzt hier durch. Komm, endlich. So, das haben wir. Und jetzt können wir auch endlich durch die Türe durch. Ganz ruhig. Hm, das ist sie doch. Ich brauche Zugang zur nationalen Verbindung. Die Barbara. Die ist hier. Du verbringst wohl viel Zeit hier. Coole Pawnbox. Du überbrückst die Netzwerksicherheit. Hm. Aber du musst das Internet auf die externe Telefonverbindung überleiten, wenn du Daten übertragen willst. Die Art von Wissen könnte ein Mädchen in echte Schwierigkeiten bringen. Sie sind unter dem Gebäude. Was meinst du? Die Telefonkabel. Über die Kanalisation hast du Zugang. W-warte. Ich mag die. Willst du, was du tust? Weil ich es versprochen habe. Was, wenn du da bist? Der Eisberg! Der Eisberg! Was sind die Idioten? Ich bin nicht für ihn! Hast du direkt dabei gedacht? Welche Kerner ist ein der dritten Geräte? Schau mal! Unter dem Gebäude. Du bist auf jeden Fall sehr nett. Ich mag die. Die ist süß. Und die ist hier ja noch sechs Jahre vorher. Die ist ja noch ein Teenager. Oder ein Highschool-Mädchen. Ja, dankeschön. Freut mich zu hören. Okay. So, Tag. Alter. So, den Schildtyp. Das war auch so eine Kategorie von Typ, die ich gehasst habe. Jaja, schön, dass du das Gesetz bist. Ihr seid aber auch alle korrupt. Was soll man mit einem Gesetz, was korrupt ist und bei der erstbesten Gelegenheit mit dem Feind, sage ich mal, ein Bündnis schließt, nur damit der Frieden aufrechterhalten wird. Ich meine, so kann das Gesetz auf der Grund nicht funktionieren, wenn man, sage ich mal, nur Frieden erreicht, wenn man dann mit dem Bösewicht, der übermächtig ist, sage ich mal. ein Bündnis schließt, sehe ich keinen Sinn drin. Ja, glaube ich. Auf jeden Fall mehr als du. So, hier gibt es nichts mehr für mich, oder? Ne. So. Exit. Tschüssikowski. Secret Santa. Ah, ja. Ach, das war die Türe, wo man... Ah, ja, okay, gut. Ach, jetzt geht der Aufzug auf. Ja, ne, klar. Hi, Brandon. Netzes Empfangskomitee. Ach, ja. Da fehlt die Aufstuhlmusik. Äh, Aufstuhl. Aufzugmusik. Aufstuhl. Genau, Aufstuhl. Nee, ist so schnell, Gordon. Warum ist der Sound so leise? Ja, niemals. Hören Sie, ich bin auf Ihrer Seite. Meine Seite? Meine Seite hält sich an Gesetze. Meine Seite bricht Verdächtigen keine Knochen oder schlägt ihnen die Zähne aus. Wir haben Gottes Respekt verdient. Wenn das wahr wäre, wäre ich nicht. Gott, raus aus der Tischmann. Nicht schießen. Wenn er sich bewegt, knallt ihn ab. Du kannst nicht entkommen. Weg, der Gott. Ich werde ihn nicht. Na super. Ihr Idioten. Mal ehrlich. Oh Gott. Ich verstehe nicht, weil du bist der Sound echt leise. Das ist komisch. Obwohl ich ihn auf maximal habe. Ich verstehe nicht, wieso. Gordon, du bist nicht tot. Das kann gar nicht sein. So. Wieso habe ich das Gefühl, dass mich auf dem Dach noch was erwartet? Ich habe einen Gully in der Nähe auf Ihrer Karte markiert. Er führt Sie direkt unter das GCPD. Gute Arbeit, Herr Fritz. Und, ähm, Sir, versuchen Sie doch dem, äh, dem Dreck herab zu bleiben. Denken Sie daran, wer Ihren Anzug reinigt. Ja, ja. So. Super, Leute. Geschafft. Hallo? Hallo, Batman? Hier ist Barbara. Sorry, dass ich nicht in deinen Funk einen hackle. Aber es ist Ihnen gefallen. Ein paar Kisten mit Beweismaterial sind verschwunden. Richtiges Armeezeugt und niemand kümmert sich darum. Ich schicke dir die GPS-Koordinaten. Setz dein Waffenstörsystem an jeder Kiste ein. Dann gehen die Schaltkreise flöten und das Zeug wird nutzlos. Okay, du bist auf jeden Fall schlau. Schlaues Mädchen. Super, okay, gut. Ja, dann schauen wir doch mal. So, wir könnten eigentlich, könnte ich die Aufnahmesession jetzt hier beenden. Ich nehme jetzt gut eineinhalb Stunden auf. Das mache ich jetzt wahrscheinlich auch. So, Pinguins Waffendepot. Gut, das könnten wir machen. Was ist hier? Pinguins Waffendepot. Pinguins Waffendepot auch wahrscheinlich hier. Da ist das Vierte, da ist das Fünfte, da ist... Wo ist das Sechste? Hat die nicht sechs Stück gesagt? Da ist es, glaube ich, ne? Zwei, drei... Ne, mein Gott. Ich kann mal die nicht zählen. Eins, zwei. Dann ist da das Dritte. Da das Vierte. Da das Fünfte. Hat die jetzt Fünfte? Ne, sechs. Ich bin mir nicht sicher, dass das sechs Stück waren. So, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Echt nur fünf? Hm. Vielleicht findet sich das andere, das sechste Jahr, erst dann danach irgendwie. Keine Ahnung. Naja, egal, gut. So, ich würde auf jeden Fall sagen, ich beende hier die Aufnahmesession. Eineinhalb Stunden habe ich jetzt aufgenommen. Alle Einheiten, wir haben... Obwohl, noch, komm, das Verbrechen könnten wir eigentlich noch verhindern. Das geht noch klar. So, Tag. Meine Güte, da sind selbst die Typen schon gepanzert. Na toll. Ach, das ist die Polizei. Meine Güte, ich will doch den nur verkloppen. Könnt ihr nicht mal warten? Oh, nice. Ah, das war die Spezialkombo. Stopp nicht mehr. Autsch. So, und jetzt kommt sie ja noch her. So. Von warum hat die Polizei ein Verbrechen begangen? Muss ich aber auch nicht verstehen, oder? Verbrechen im Gange von der Polizei. Gute Aktion. Ach ja, die gute Polizei. Okay, das muss geöffnet werden. Warum kann ich das dann nicht öffnen? Hm. Naja, egal. Okay, gut, Leute. Dann würde ich sagen... Ah, nee. Ach, so, glaube ich, ne? Da gibt es schon wieder so ein blödes Rätsel. Das ist echt fies. Der Enigma, der hat echt faustig hinter den Ohren. Äh. Ah, was ist da? Ach, schon Netzwerk-Relay. Ah, jetzt ist das offen, glaube ich. Anscheinend, oder? Ne, immer noch nicht. Naja, sei es drum. Gut. So, dann gucke ich mal, was wir im nächsten Part machen werden. Ich glaube, im nächsten Part werden wir dann mal hier die Aussichtstürme, sozusagen diese, ja, Aussichtstürme, die Türme erklimmen, um jetzt überall in der Stadt hinreisen zu können. Bis dahin würde ich aber sagen, verabschiede ich mich und sage, ciao, Leute. Meine Güte, die Farb, äh, Farbchen weiß echt Käse. Ach, egal. Tschüss. Tschüss.